Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Soul. Guckt nicht bei den zwei Tippen dabei, die gerade auflehnen, guckt bei mir, Proxy, ja? Und in der Beschreibung? Ey! Nicht Spaß. Ja, ich bin einfach nur dabei und Hardy und Pixelspaß nehmen zusammen auch. Viel Spaß. So ein Endmoderator, der sich jetzt voll verpisst. So. Dann gehen wir mal on. Ja, ich bin ja letztens ein paar Türen gestorben. Wir hatten heute gerade eben total Stress, was die Todesregel jetzt angeht. Oh Gott. Also da haben wir ganz schön Stress gemacht. Anscheinend dürfte ich jetzt nicht aufnehmen, aber das stand nirgends in den Regeln. Deswegen sollen sich mal beruhigen. Und hallo. So. Ich darf ja heute nicht viel aufnehmen. Wurde ja gestern tot geflamed, deswegen aber okay. Ey, du darfst 15 Minuten aufnehmen. Mein Gott. Ja, aber ich hab gestern ein paar zu viele Folgen aufgenommen. Da stimme ich zu, okay? War ein bisschen übertrieben. Ich hatte nur extrem Spaß. Sag mal so. Okay. Sorry, Heidi, das ist... Stirb ein andermal. Was? Die sollen andermal sterben. Hast du dich den Krankenwagen gehört? Mann. Die sollen andermal sterben. Sorry, Heidi, das ist Kuh-Tier-Farm. Das war meine Monster-Farm. Arschloch, wer war das? Ich. Du Arschkind. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Guck an die Monster hin. Oh Gott. Oh Gott. Aber du sollst... Das Kuh... Das Kuh-Ei sollst du nicht da... Noch nicht... Erst wenn wir die zweite Kuh haben, sollen wir das da... Ja, ja. Das mach ich auch noch nicht. Oh Gott, Alter. Wo ist der Enderman? Wo ist der Enderman? Ich hab so Schiss, vor dem ich... Ich hab nicht schon wieder Bock zu sterben. Wo ist der? Hinter dir! Pixel! Pixel ist tot! Pixel ist tot! Was? Okay. Und ich sterbe auch. Ich sterbe auch. Aua! Oh Gott. Ich sterbe. Wow. Pixel ist tot. Was? Der hat... Der hat sich gar nicht bewegt. Oh Mann. Boah, hier stirbt jeden Tag einer. Was macht der denn? Das Geld verfolgt mich voll. Was machst du denn, Pixel? Der ist... Alter, einfach nur drumherum gestanden. Ja, meine Lieben. Ja! So schnell kann's gehen. Ich hatte den nicht angeschaut und ich war noch am überlegen, was ich jetzt mache. Ja, aber nicht drumherum stehen. Und dann hatte der mich zweimal gekloppt. Ja, toll. Ja. Alter, was? Meine Folge endet hier nach spektakulären... Nein, bitte nicht! Wow! Oh mein Gott, was ist hier los? Alter! Ihr springt alles in die Luft. Dieses Bett ist gelegt, deine Mutter ist belegt. So, erstmal pennen gehen hier. Hä? Geh mal bitte vom Server. 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 Ich muss pennen. Schnell! Los! Oh, danke. Oh, kacke, Alter. Boah! Wieder drei Herzen. Oh, Mann. Wie ist der Ding? Was hat dich getötet, Pixel? Enderman. Enderman, weil er ihn angeguckt hat. Ich hab ihn gar nicht angeguckt. Doch. Er wäre sonst auf dich ja losgegangen und nicht auf mich, äh, auf dich. Ja, ich hab ihn ja auch nicht angeguckt. Warum ist denn... Ich spule zurück und schau nach. Okay, mach das. Ja, liebe Leute. Es ist immer wieder dasselbe. Ich bin das Mobbing-Opfer in dieser, in dieser, äh, äh, na wen heißt das eigentlich? Du tust mir ja so leid. Eile Runde mit deinen Kommentaren. Oh. Oh. Du hättest schon voll hardcore gemobbt. Ich war noch vollkommen überfordert. Ich hatte noch gar nichts gesagt. Also, ja. Du bist ein Noob. Ja, voll, super, Boon. Okay, Leute. Das war's bei mir. Schaut bei den anderen. Und ich, ich, ja. Wir werden's sehen. Ich guck jetzt rein und dann sag ich, wer schuld war. Und ich bin sicher, es ist Sergeant Hardy, der sonst... Bestimmt nicht. Doch. Nein. Doch. Grundsätzlich. 100 Fronig. Also dann, ciao. Wander. Also dann, was Du d reinventəraganibusноз. Also dann, wie Du hättest. ında. Und wer hat nur noch ein, by opportunity. Und wer das rausgesst? Also dann, wo du, oder including? Du, oder wo David? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020